Ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video vom Zentrum Ostevital. Mein Name ist Roit Mathur. Heute das zweite Video zum Thema Patellar-Spitzen-Syndrom, Patellar-Seen-Syndrom, wie man es auch nennen möchte oder auch Jumpers Knee. Und zwar möchte ich heute über das exzentrische Training sprechen bei Patellar-Spitzen-Syndrom. Ihr wisst ja aus dem letzten Video, da wo ich die ganzen Ursachen genannt habe, dass ich kein großer Freund bin vom Nichtstun, das heißt vom Schonen und Abwarten. Meiner Erfahrung nach kann das über mehrere Monate dauern oder teilweise halt auch über mehrere Jahre. Aus diesem Grund, werdet aktiv, geht zu einem Therapeuten, geht zum Osteopathen, lasst alles abchecken, Becken, Knieachse und so weiter, Fußstellung, so dass halt wirklich alles weitere ausgeschlossen wird. Und dann könnt ihr auch aktiv mit so einer Übung sozusagen beginnen. Während der Übung kann es sein, dass es zu Schmerzen kommt. Also das heißt, es kann Schmerzen verursachen. Da würde ich euch raten, macht das trotzdem weiter. Das kann zuerst mal auch ein bisschen schlimmer werden. Erfahrungsgemäß wird das nach Bar-Trainings-Einheiten immer weniger. Das heißt, während der Übung tut es einfach weh, eventuell auch hinterher etwas. Da kann man auch erstmal mit einer geringeren Dosis beginnen und dann später halt das Ganze ein bisschen verstärken, wenn es besser wird. Gut. Das heißt, wir trainieren aktiv halt tatsächlich mal in den Schmerz hinein, wo man natürlich meistens sagt, wenn Schmerzen sind, nicht trainieren. Aber bei dieser Übung kann jetzt tatsächlich, kann es zwicken, kann es Schmerzen bereiten. Okay. Exzentrisches Training. Ihr kennt vielleicht exzentrisch, konzentrisch. Vielleicht erkläre ich die zwei Begriffe einfach mal. Es gibt die konzentrische Phase der Muskelarbeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Handel in der Hand habe und ich mache so ein Bizeps-Curl, dann nähern sich Ansatz und Ursprung sozusagen zusammen. Das ist die konzentrische Phase. Das heißt, die Bewegung nach oben. So, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bizeps-Curl wieder nachgebend runterlasse, das heißt, ich habe Spannung in der Muskulatur und ich lasse wieder langsam runter. Das ist die exzentrische Phase. Das heißt, Muskelansatz und Ursprung gehen wieder auseinander unter Spannung. Okay. Und das Gleiche kann ich auch für meine Beine machen oder für mein Kniegelenk. Und zwar, dieses exzentrische Training hat sich in der Therapie sehr bewährt. Es gibt einige Studien darüber, dass es sich vor allem bei Sehnenerkrankungen, bei Sehnenproblemen bewährt hat und dass es häufig zu einer Verbesserung kommt. Und daher möchte ich euch diese Übung jetzt einfach mal zeigen. Ihr könnt natürlich exzentrisches Training auch im Fitnessstudio machen. Das geht am besten dort mit der Beinpresse, dass man dort einfach ein Gewicht drauf nimmt. Es soll nicht wenig Gewicht sein. Das heißt, so, dass ihr 15 Wiederholungen sozusagen schafft. Ihr arbeitet quasi. Ihr geht in die Beinpresse rein. Dann drückt ihr euch mit beiden Beinen weg und lasst euch einbeinig wieder zurück, sodass ihr wirklich die exzentrische Phase mehr belastet. Die Bewegung so circa, entweder ihr bleibt über 90 Grad oder ihr geht sogar unter 90 Grad. Also je nach Schmerzempfinden. Wenn ihr empfindlicher seid, dann macht ihr eher die Bewegungsamplitude ein bisschen kleiner. Ja. Und wenn ihr merkt, okay, es wird immer besser, dann könnt ihr auch die Bewegungsamplitude vergrößern. Okay, das wäre dann zum Beispiel mit der Beinpresse möglich. Allerdings ist es so, das sollte man jeden Tag dann machen. Das heißt, jeden Tag müsste man ins Fitnessstudio dann gehen und an der Beinpresse das machen. Besser wäre es sogar zweimal am Tag. Da macht man meistens drei Sätze mit so circa 15 Wiederholungen. Ja. Dadurch, dass man meistens nicht zweimal am Tag ins Studio geht, gibt es eine andere Möglichkeit, natürlich zu Hause, indem man einfach das exzentrische Training frei macht. Diese Übung zeige ich dir gleich, zeige ich dir jetzt, was du zum Beispiel zu Hause machen kannst. Okay, für diese Übung empfiehlt es sich, irgendwie eine Erhöhung zu machen. Das könnt ihr entweder mit Büchern machen. Das heißt, dass ihr einfach ein Buch unterhalb der Sohle legt, sodass ihr so eine leichte Schrägstellung habt. Ich mache das ganz gerne mit dem MFT, also mit diesem Board hier. Da stelle ich einfach das eine Bein, das ich jetzt sozusagen trainieren möchte, darauf. Fußspitzen zeigen nach vorne, die Knie zeigen auch zu den Fußspitzen. Darauf konzentriere ich mich. Ich gehe jetzt sozusagen einbeinige Kniebeugen mache ich. Ich kann das jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt sehr wackelig auf dem Bein bin, setze ich das andere Bein nur die Fußspitze ab und lasse aber das gesamte Gewicht auf das Bein, wo ich die Probleme habe, stütze ab und schiebe mich dann wieder nach oben. Das Ganze noch einmal. Das heißt, ich gehe wieder runter und drücke mich wieder nach oben mit beiden Beinen. Ich kann das aber auch so machen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ich auch komplett im Bild hier drin bin, sodass ich tatsächlich die Pistelsquats mache, diese einbeinigen Kniebeugen. Richte mich auf, gehe runter, setze ab, schiebe mich nach oben. Fuß wieder weg, tief abstützen, wieder hoch. Das von der Amplitude, Bewegungsamplitude machen, was halt möglich ist. Wenn es sehr schmerzhaft ist, dann macht ihr die Amplitude kürzer oder kleiner, also die Bewegung nicht so groß. Wenn es geht, dann macht ihr einfach die Bewegung größer. Das heißt, ich kann dann auch tatsächlich die Pistelsquats bis nach unten machen und schiebe mich dann wieder nach oben. Tief und schiebe mich wieder rauf. Dadurch, dass ich die Übung einseitig mache, also auf einem Bein, habe ich eine exzentrische Belastung und bei der konzentrischen Belastung entspanne ich sozusagen. Entspannen kann man nicht sagen, aber ich entlaste sozusagen meinen Muskel beim Hochdrücken. Okay, gut. Wie gesagt, diese Übung zweimal am Tag machen, am besten morgens und abends. Drei Sätze immer, 15 Wiederholungen. Wenn ihr starke Schmerzen habt, dann könnt ihr auch zwischen den Sätzen einfach mal ein bisschen kühlen euer Knie oder halt hinterher nach diesem Training nochmal ein bisschen Eis rauf und regenerieren lassen. Das Ganze ist jetzt nicht etwas, was man nur ein-, zwei-, dreimal macht, sondern das müsst ihr wirklich mindestens über drei Monate halt wirklich durchführen. Also wirklich drei Monate konsequent jeden Tag zweimal am Tag diese Übung machen. In meinem nächsten Video werde ich dir dann noch zeigen, wie du die Beweglichkeit verbessern kannst und dadurch die Spannung in dieser Muskulatur rausnehmen kannst, sodass die Sehne sozusagen ein bisschen Entspannung bekommt. Okay, das war's von diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt fit, bleibt gesund, bleibt in Bewegung. Bis dann. Ciao. BR down. BR down. BR down. BR down. Untertitelung des ZDF, 2020